Hier geht es darum, dass Sie mit Ihrer Firma im Bereich Salsa tänzerische Fortschritte machen und da Ihre Mitarbeiter bespaßen mit einem Salsa-Programm. Wunderschönen guten Tag Ihnen, seien Sie gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und ich sage es gerne auch Ihnen, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Hier geht es um Ihre Firma bzw. darum, dass Ihre Kollegen, Ihre Mitarbeiter zu dem Thema Salsa einen Zugang finden und dadurch auch einen schönen Ausgleich haben. Hier geht es also darum, tanzen, tanzen, tanzen. Wenn Sie sich vorstellen können, über mich, dem ARTV IHK World Dance Council Gütesiegel ausgebildeten Privat-Tanzlehrer tanzen zu lernen, also dass ich zu Ihnen komme und Ihnen im Bereich Salsa eine große Unterstützung bin, dann der Vorschlag an Sie, lassen Sie uns in Kontakt kommen über die Nummer 0176 84044661.